Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du ein Projekt aufsetzen kannst in Visual Studio und zwar in Kombination mit GitHub, damit du einfach deinen Code verwalten kannst und auch wenn irgendein Problem auftritt, genau weißt, was habe ich wann geändert. Viele Leute benutzen auch, besonders im vb.net Bereich muss ich zugeben, immer noch die alte Variante, dass man wirklich Ordner von A nach B schiebt, auf den USB-Stick sichert, Backup-Backup-Backup die Dateien benennt und so weiter. Das ist natürlich Mist, schon lange, besonders in der heutigen Zeit und deswegen zeige ich euch, wie man jetzt einmal hier dieses GitHub-Projekt aufsetzt. Man startet dazu zuerst ein normales Projekt, also ein normales Visual Studio Projekt. Das kann ein x-beliebiges sein. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal eine typische Windows Forms Anwendung. Hier spielt es auch keinerlei Rolle, ob ich C-Sharp oder vb.net verwende. Daher nehme ich jetzt einfach mal vb.net und im nächsten Schritt sage ich dann die typischen Dinge, wie zum Beispiel, wie meine Projektmappe und so weiter heißen soll. Ich nenne das jetzt einfach mal Testprogramm oder irgendwie sowas. Ganz wichtig hierbei ist natürlich, dass man eigentlich natürlich sinnvolle Namen nutzen sollte. Das ist nur ein Beispiel, selbstverständlich. Im nächsten Schritt wähle ich dann das übliche .NET-Framework, wie gewohnt, und hoffe dann, dass Visual Studio gleich weitermacht. Und zwar sind wir jetzt im nächsten Schritt. Jetzt muss ich das einmal kurz resizen, da der sich das leider hier scheinbar nicht gemerkt hat, wie groß ich das hatte. So, und schon ist es geresized. Jetzt habe ich hier letztendlich meine bekannte Arbeitsumgebung, wo ich dann wie üblich arbeite. Nur, dass ich eben jetzt die Möglichkeit haben sollte, meine ganzen Daten auch zu speichern. Das heißt, ich habe keine Lust, immer hinzugehen, das Projekt hier mit in Ordner oder in Dateiexplorer öffnen. Das kann man leider hier im Screen nicht sehen. Also ich öffne einfach nur praktisch den Projektordner. Für gewöhnlich befindet der sich ja in Repos. Danach Testprogramm hieß das Programm. Dann kann ich dort reingehen und mir die ganzen Sachen angucken. Und hier habe ich dann dementsprechend die normale Projektdatei, die ich jetzt eventuell sippen und irgendwie durch die Gegend schieben würde. Das möchten wir natürlich in einer modernen oder in einem modernen Setup nicht mehr machen. Deswegen kann man im nächsten Schritt hingehen und einfach ein neues Projekt sozusagen erstellen. Also ein neues GitHub-Projekt. Wichtig ist an dieser Stelle, ich werde in einem anderen Video noch erklären, wie man Git, was die Konsolenanwendung, die Software theoretisch hinter dem Ganzen ist, wie man das Ganze dann auf seinem PC installiert. Und GitHub ist dann mehr oder weniger so eine Art Cloud, sagen wir mal, für unsere Projekte, wo die dann liegen. Und unser lokales Git kommuniziert dann mit dieser ganzen Sache. Aber das werde ich dann in einem anderen Video demonstrieren, wie man es installiert. Es ist allerdings an dieser Stelle Voraussetzung. Wir können jetzt im nächsten Schritt ganz einfach hingehen und sagen, hey, wir haben jetzt hier vielleicht schon einiges an Arbeit geleistet. Das heißt, es ist entweder ein bestehendes Projekt oder wie in diesem Fall ein neues Projekt. Und jetzt möchte ich hierfür ein tatsächliches Cloud-Projekt anlegen. Ich möchte also in der Lage sein, das online speichern zu können. Dann kann ich hier im Endeffekt einfach hingehen und sagen, Git-Repository erstellen. Wie gesagt, das funktioniert nur, wenn man Git installiert hat und so weiter und auch seine Zugangsdaten hinterlegt hat. Im besten Fall, also bei GitHub. So werde ich das jetzt wie gewohnt machen. Ich kann dann hier unten im Endeffekt ein paar Einstellungen treffen, spezifisch für GitHub und hier oben kann ich dann einige weitere Sachen zum Beispiel erstellen, wie zum Beispiel, welche Git-Ignore-Vorlage ich haben möchte. Das ist aber dann ein anderes Thema, was wir uns noch anschauen. Das Wichtigste wird sein, die Entscheidung, möchte ich das Repository, also unser Projekt, öffentlich machen oder möchte ich das eben halt privat halten. Meistens wird man das wahrscheinlich privat halten wollen, außer ich möchte sowas wie Open-Source-Schreiben-Code, damit andere Leute da reinschauen können und gegebenenfalls contributen, also mithelfen können. In unserem Fall möchten wir jetzt ein privates Repository haben. Das heißt, nur wir haben Zugriff darauf. Und im Endeffekt könnte ich das jetzt theoretisch erstmal alles so lassen. Ich habe mein Konto ausgewählt, der jeweilige Besitzer. Ich könnte das Projekt noch beschreiben. Und im nächsten Schritt sage ich einfach erstellen und pushen. In der Zeit, wo der jetzt etwas beschäftigt ist, da haben wir es auch schon gesehen, hier unten links kommt die Bestätigungsnachricht, das alles erfolgreich hochgepusht wurde. Da werde ich jetzt mal eben schauen. Natürlich erinnert mich GitHub genau heute dann daran, dass ich da irgendwie was von wegen, ja, irgendwas remind me later, also irgendwas wollen sie jetzt von mir. Das ist natürlich klar, dass das genau dann passiert, wenn ich jetzt so ein Beispiel-Tutorial mache. Aber egal, auf jeden Fall, alles ist jetzt hochgepusht. Das können wir hier oben sehen. Das haben wir ja gerade als Meldung einmal unten links und einmal oben rechts gesehen. Dieses Tab ist praktisch für die Code-Verwaltung, die wir hier rechts haben. Und im nächsten Schritt kann ich mir einmal anschauen, wie das im Netz dann aussieht. Also wenn ich mir das mit der Web-Oberfläche anschaue, dazu logge ich mich in meinem Konto auf github.com ein. Wie gesagt, das muss alles dafür eingerichtet sein. In diesem Schritt schauen wir uns aber erstmal das Projekt hochschieben sozusagen an. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Projekt vorliegen. Ich sehe, dass es private ist. Und hier sind die ganzen Dateien praktisch drin. Der Vorteil ist jetzt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich arbeite jetzt an meinen Programmen, ziehe zum Beispiel einen Knopf drauf, designe die Form und im nächsten Schritt sage ich, jetzt möchte ich die Arbeit gerne speichern. Und zwar nicht nur mit dem Speichern-Knopf, sondern ich möchte das auch hochladen, dass es in der Cloud praktisch aktuell ist. Dann kann ich jetzt ganz einfach hingehen und sagen, Button hinzugefügt. Natürlich sollte hier immer, also meistens arbeitet man natürlich in Englisch in der Programmierung. Und ich sollte hier eine Nachricht reinschreiben, die halt beschreibt, was ich geändert habe. Damit man einfach später, wenn man das im Verlauf sieht, was ich gleich auch noch zeigen werde, was habe ich getan, wo könnte sich ein Fehler eingeschlichen haben, etc. Also für Kollegen, so wie für mich. Jetzt sage ich Commit für alle. Dann habe ich dafür einen sogenannten Commit erstellt. Also praktisch einen Zwischenstand sozusagen. Der ist allerdings noch nicht hochgeladen. Dafür muss ich jetzt sorgen. Das heißt, ich habe jetzt praktisch so ein einzelnes Update, in Anführungszeichen, Paket erstellt. Und dieses kann ich jetzt hochladen. Was jetzt abgeschlossen ist, steht auch da oben erfolgreich. Jetzt gucke ich, dass ich das Fenster eben wieder aufmache. Da ist es. Jetzt sieht man hier zwar im Endeffekt noch nichts. Das liegt daran, dass ich noch nicht gerefresht habe. Das mache ich jetzt mit STRG R zum Beispiel. Und dann sieht man nämlich hier, was geändert wurde. Eine Übersicht darüber bekommt man am einfachsten, wenn man hier oben einfach Slash Commits hinschreibt zum Beispiel. Dann kann ich nämlich genau nachvollziehen, was, wann, um wie viel Uhr geändert wurde. Hier haben wir zum Beispiel unsere initiale Geschichte gemacht. Also das Projekt initialisiert und hochgeladen. Das wird automatisch reingeschrieben. Im nächsten Schritt haben wir dann unseren Button hinzugefügt. Und so kann ich dann separat nachvollziehen, was an welchem Tag gemacht wurde. Schaue dir auch gern im nächsten Schritt einmal das Video an, wie man ein bestehendes Projekt herunterziehen kann aus GitHub, um zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Projekt, wenn ich damit auf diesem PC arbeite und ich möchte das jetzt zum Beispiel auf einem Arbeitslaptop oder ähnliches einrichten, dann passt dazu mein nächstes Video, wo ich das dann dementsprechend zeige, wie man das dann auf dem neuen PC runterziehen kann, um dort weiterzuarbeiten. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi!